Missbrauch eines Ponys im Landkreis Harburg. Die Tierschutzorganisation PETA hat sich nun eingeschaltet und für Hinweise, die zum Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Zu Tat war es bereits in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gekommen. Der mutmaßliche Tierquelle wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, während er sich an dem Tier verging. Das Material legt der Polizei in Sävetal vor. Die Ermittlungen dauern an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017